Am Tag nach der 1-2-Heimniederlage gegen Real Madrid war für den Großteil der Bayern-Mannschaft Regeneration angesagt. Zwar ist die Enttäuschung über das Ergebnis in der Champions League bei allen Beteiligten groß, trotzdem gilt es sich jetzt zunächst auf das Bundesligaspiel gegen Leverkusen vorzubereiten. Und schon in sechs Tagen kommt es dann in Madrid zum Rückspiel der Viertelfinalbegegnung, die man beim FC Bayern noch lange nicht verloren gegeben hat. Real Madrid könnte die Qualifikation schaden, schaden in ein anderes Spiel. Sie haben nicht schaden und wir versuchen unser Bestes am Tag. Ich denke, wir haben Zeit für Hummels und auch Lewandowski. Wir haben Hummels, wir haben kein Problem als zentraler Back. Hoffnung gibt den Spielern des FC Bayern die mögliche Rückkehr von Robert Lewandowski und Mats Hummels, sowie die Leistung in der ersten Halbzeit, in der man den Madrilenen überlegen war und sicherlich auch höher als 1-0 hätte führen können. Ich denke, wir müssen von der ersten Halbzeit beginnen. Das war gut. Es wird schwierig sein. Wir haben keine Chance, aber wir haben eine Chance und wir werden unsere Chance spielen. Wir sind immer noch жив. Bevor es zum Rückspiel gegen den amtierenden Champions-League-Sieger geht, wartet in Leverkusen allerdings eine weitere schwere Aufgabe auf das Team von Carlo Ancelotti. Jetzt heißt es für den Italiener und seine Mannschaft Schwung holen gegen Bayern und dann mit Selbstvertrauen rein ins Rückspiel in Madrid. Leverkusen Leverkusen Vielen Dank.